Oh mein Gott, ich hab die großen Zeptex da hinfliegen seh, scheiße. Nein, was? Ich hab dich voll getroffen, er war in der Mitte. Du Sausack. Alle drei von der gleichen Funktion. Wie der da eiskalt sitzen bleibt. Und ich dachte mir, wenn ich da lang genug nix mach, dann wird's zu weh. Da hab ich mir schon gedacht, dass du da denkst. So ein Camper, ey. Schade, war ganz gut. Das ist genauso wie, war ungewollt scheiße. Boah ey, ohne Spaß, ich hab dir in Amerika schon gesagt, ich muss ein Buch machen und die Dinger aufschreiben. Ja, wobei, das kommt geschrieben nicht klar. Ihr habt doch schon die Hälfte wieder vergessen. Ja, das stimmt ja leider. Warte, ich bin so hammer geflasht. Ah, ich bin tot. Polizeiauto. Ich hab sowas von dir Eier gerettet. Fick dich, Junge! Wenn du mir jetzt auf die Eier gehst, dann werde ich dich teamkillen. Du könntest mal aufhören, die ganze Zeit deine scheiß Flashes dahin zu werfen, ey. Willst du mich verarschen? Alter, ich hab den perfekt geflasht und getötet. Alter, du hast doch genau gesehen, dass ich dann um die Ecke laufen wollte. Wieso wirfst du da ne Flaschen, ey? Weil der da rauskam. Weil ich davon gesehen hab. Alter, ich hab den von unten gesehen, du Spasti. Alter. Boah, das war echt schlecht, Bram. Ohne Scheiß, das war nicht gut, Bram. Der hat dich nicht mal angeschlossen, so schnell hab ich den weggemacht. Ja, du kannst nur meckern, du homo-Stick, ey. Ja, wenn du mich nicht geflasht hast, hab ich den selber weggemacht. Nee. Nee, bist du nicht mehr auf die gleiche Hälfte. Alter, was soll das denn jedes Mal jetzt? Du kannst die Scheiße mal sein lassen. Ja, Hammer, Hadi. Alter. Geht man dann auf den Sack jetzt jedes Mal. Man muss aber sagen, der Bram hat angefangen. Warum hab ich denn angefangen? Ja, wie du das angefangen verschossen hast. Ja, ich hab zwar geschossen, aber der Wichser beleidigt mich die ganze Zeit, obwohl der ein Wichsenhub ist, oder was? Ja, bitte was, wo beleidige ich dich denn bitte? Alter, ohne Spaß, weißt du, dann flash ich den perfekt weg, rette dir den Arsch und dann bin ich der Schuldige. Hast du einen Arsch offen? Ja, du hast doch ein bisschen nicht geblickt, du hast mich schon letzte Runde da geflasht, obwohl ich schon um die Ecke rum war. Nein, letzte Runde war Christian da, du Wichser. Ja, kann den mal einer nicht Sand aus der Muschi nehmen? Ja, ich find dann eigentlich ziemlich witzig. Hoffentlich bin ich nicht in der letzten Spiele. Das ist ja nicht so brav, als hättest du mich in den letzten Spielen schon jedes Mal angeschossen, ey. Ja, und du hast doch schon mal Obsidian gefarmen, ganz großer Sport. Jetzt kommen die Prämie im Sachen. Ja, ja, ja. Jetzt kommen die Prämie im Sachen. Oh, Mann. Oh, der steht ja vor mir! Oh, der steht ja vor mir! Oh, Gott! Oh, Jay, du stirbst zu Dauer. Ja! Wie viel Spaß, ey! Oh, der Scheiß, eigentlich ist der Kill. Ja, der war geil Christian, doch. Aber was macht man denn in so einer Situation? Nicht schießen? Echt mal, Christian, schieß mal lieber nicht. Naja, Sepp stand genau zwischen dir und Jay. Ganz stimmt, ich hab's gesehen. Nein! Du bist ja eine Hure! Schon zum dritten Mal jetzt, ey, das ist doch scheiße! Hey, was machst du denn da? Mann, ich lass mich von Pit Hammer im Arsch lecken, ey, das gibt's auch gar nicht. Im Arsch lecken, ey. Wär voll nice, wenn du nix machst, wo der Land läuft. Oh ja, sorry, ich war halt echt einfach... Du hast dich nur umgedreht, weil du da nicht durchgegangen bist. Du bist ja auf dem Kot! Ja! Hahaha! Hammer, gell! Tja, Inkompetenz muss manchmal auch belohnt werden. Ja, ohne Spaß, ey! Beide Alang, Hadi! Ja! Nicht hinten im Spawn! Beide Alang! Alter, lass mich doch machen! Nachher kommt Peter wieder angesch... Nein! Alter, wie der... Alter! Einer ist tot! Psychologische Kriegsführung, Alter! Und ich muss... Einer ist tot! Und alle beiden anderen sind auf Alang! Wie... WTF? Das war gut! WTF? Das war gut! Ich bin beinah mit draufgegangen! Ich bin durch dich geblockt worden! Ich hole dich, du Hure! Wieso geht das Fenster an? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ein Trauerspieler? Der war doch schon lange nicht mehr! Ich hab einfach mal mitgeschossen! Boah! Nice! Boah! Ja, da ist der aber... Boah! Boah! Das schmeckt mir gut! Ach man, Hadi war noch hinten drin! Nicht dahin! Geh nicht dahin! Okay! Ich hab dich im Mittel gegangen! Ich hab den grad Hammer geflasht! Der kämmt in der Würstchenbude! Und der hat jetzt zusammenfleck geschmissen, aber die kann nix! Und ne Flash, die konnte auch nix! Boah! Wo schießt der? Oh, der sieht das nicht! Der ist doch mit Würstchenbude geschossen! Die Würstchenbude, Sepp! Die Würstchenbude! Geil! Hahaha! Hahaha! Weiß! Ich sehe tote Menschen! Oh wei! Ja, der Würstchenbleimer! Wusstest du nicht, was ich mit Würstchenbude... Ja doch, aber ich hab... Die... Die Schüsse sahen bei mir so aus, wenn die... Warum schießt du dann auf den Bleimer? Die Schüsse sahen so aus, wenn der auf die Ecke kommt! Oh ja! Oh, Piller! Oh ja! Jawoll! Mit Ansage! War gar nich mit Ansage! Doch, ich hab gesagt, ich werde töten oder jemandem sterben! Nee, andersrum! Alter, wir sind nicht verarscht, Sepp! Hahaha! Ohohoho! Uhohoho! Da hab ich seine Clayen fliegen sehen! Hohohohoho! Aua, aua, aaaah! Ist das irgendwo hinten bei sich noch? Nein! Doch? Lüg doch nicht! Lüge nicht! Oh, ein Abissbot! Wie du geflogen bist. Nice. Gott sei, ich genau damit umgeschaltet. Ja. Danke. Wo? Nein! Der ist hinter dir! Nice one! Alle drei, oder? Boah, Hardy. Ja. Ja, mach's eins. Wenn dann alle drei. Ja. Erstmal drei rum links und dann alle drei. Oh Mann, ey. Ich hatte am Anfang 7-2. Alter, bin ich scheiße. Boah, hast du aber gut aufgeholt. Richtig abgefallen. Ich mach gar nichts. Steh dir da zu zweit, ey! Einen krieg ich... Danke, Hardy. Sorry, Bra. Ich hab auch auf den geschossen. Warum? Ja. Positiv werden. Na, mit deiner Mom, schönen HIV sagst du. Gib ihr. Ist nicht lustig. Boah, so ein dämliches Lachen von Hardy durfte da natürlich nicht fehlen. Oh, du weißt doch, für sowas bin ich immer zu haben. Hardy kann nix. Warum war Hardy so schlecht und warum war selbst so gut? Das ist die Frage aus dem Spiel. Nächste Runde darfst du chatten. Bitte was? Danke, John. Auf Wiedersehen, aha. Aqui, Putin! Hallo Jonas.